Der Niko, ne? Oh ja, aber hallo. Digga, erstmal hier Video am Stisseln, ne? Auf jeden Fall im Hintergrund sieht ihr einen, ich glaub 43 Sex oder 44 mit der Kataline, ne? Mit 3er, 4er, ne? Und... André, ähm, Nico, hast du eigentlich nen YouTube-Kanal? Nee. Madig, Digga. Auf jeden Fall, wenn ihr VW2 scheiße findet, lasst ein Like da. Wenn ihr VW2 geil findet, dann lasst ein Like da. Ich bin nicht Like geil. Wenn ihr mal einen Chance lecken würdet, lasst ein Dislike da. Hehehe. Spach. Äh, auf jeden Fall, ähm, ich hab eine Real-Live-Story für euch am Start. Ich hab halt um 5 Uhr mal gezockt und dachte mir so, Digga, PS Plus, Easy da am Start, ne? Nach einer Woche. Und deswegen haben wir auch keine Videos. Ach ja, in dem Video im Hintergrund war auch ein René Clownfish. Der in Real-Live aussieht wie so ein Clownfish. Hohoho. Aka findet Nemo. Äh, dabei. Auf jeden Fall. Ein Typ hat mir heute um halb sieben in der Früh geschrieben. Yo. Hi. Ne, warte. Bro, aber er kassiert so einen... Ich hatte am Anfang echt so Schiss, dass er besser sei, gell? Bro, er war ein... ne Missgeburt. So oft hinten im Spawn geschimmelt, Alter. Das ist nicht mehr normal. Und auf jeden Fall, Leute, ich hätte jetzt schon... Ich wär jetzt schon am Video hochladen, ne? Aber... ne Digga, ich hab eigentlich aufgenommen. Dann gehe ich so in mein Aufnahmeprogramm. Digga, kein Gameplay vorhanden. Geil, erstmal neue 10 Minuten aufnehmen. Das lohnt sich doch, Alter. So kann man seine Lebenszeit auch vergeuden. Hahaha. Auf jeden Fall, ähm... Alle, die... Nikos Arschloch wundlecken wollen, lasst einfach mal einen Kommentar da und sagst... Ach du Scheiße. Hashtag Kacka Essen, ne? Hashtag Kacka Essen, auf jeden Fall. Oh mein Gott, Mann. Was ist denn los? Hier, 43 Sex, 3400 Punkte und... 7er Quote auf jeden Fall. Lass ein Like da, lass aber da mich drüßen. Bis zum nächsten Video und... Fick mich. Hau rein, schau. Und Nico, willst du noch irgendwas sagen? Bitte was? Ach, halt einfach dein Maul. Hahaha. Mensch, was?